Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht das hier echt Schlag auf Schlag. Schon wieder bin ich in der Carrack. Und es geht nochmal um die Panzerung. Also mir hat jemand gesagt, dass am MFD ein kleiner versteckter Knopf ist. Und wenn man den drückt, gehen nicht alle Türen auf und zu, sondern wirklich nur die Panzerung. Ja, das wollen wir doch direkt mal testen. So, wenn er fertig ist, dann geht es los. Hier unten dieser Deploy. Zack. Ich habe den Hebel gesehen und ich dachte, da geht es um das Fahrwerk, weil Deploy steht. Das ist aber wirklich nur der Hebel für die Panzerung. Die Rampe war ja schon offen, die habe ich gerade offen gelassen. Und das ist wirklich ein Hebel, der nur für die Panzerung ist. Da passiert nichts anderes. Also hat CIG doch mitgedacht. Ich habe mich da geirrt, habe nicht aufgepasst. Das hätte ich ja vorhin probieren können. Ich habe wirklich nur hier oben diesen Knopf probiert. Und hier dachte ich halt, das ist das Fahrwerk. Okay, dann ist das jetzt auch geklärt. Muss ich nächstes Mal besser aufpassen und mehr ausprobieren. Aber jetzt ist die Sache geklärt und für euch ist das ja auch von Nutzen, wenn ihr das jetzt hier seht. Lasst mir ein Abo und ein Like da. Viel Spaß auf der IAE. Tschüss, bis zum nächsten Mal.